Hallo Leute, was geht mal wieder? Hier ist wieder YouTube Gamescom vom AR-Clan und ja, ich spür heute mal wieder Black Ops 2, klar, auf der PS3 und so und ja, ich spür heute Black und ich muss jetzt gerade auf den Wiederanstieg warten, hab hier die MK48 und die SMAW dabei, ja, Handgranaten und natürlich noch, ja, ne Flashbang dabei und ja, ich möchte einfach mal die Map zeigen hier, Black Ops, das ist jetzt gerade Los Angeles hier, besser gesagt, das zerstörte Los Angeles und einfach hier kommt das Feeling rüber hier, hier blinkt es und hier macht es einfach schöne Geräusche, es macht einfach Spaß, ja, Black Ops zu zocken, ja, das zeige ich euch mal, die ganze Map hier, ja, gehen wir einfach mal nach vorne da, diese ganze Lichter hier, ja, ein Krieg ist ausgebrochen, Rohstoffe verknappen sich, ja, und jetzt geht's ab, Oh, nein, nein, die Flagge, warten auf wieder, ich stieg 6 Sekunden aus, und dann kann ich gar nicht warten, leider, so, dann kann ich gar nicht bei mir warten, äh, offline habe ich noch nicht gesorgt, aber es soll richtig gut sein, äh, ihr wisst ja, wie Call of Duty ist, haben immer was, ähm, haben immer was zu sagen, hier, haben immer eine coole Sache, in Modern Warfare 2 war es eben die Terminal Mission, äh, in Modern Warfare 3 eben, dieses eine Kind da, in London da, wo man fotografiert, und plötzlich geht die Autobomben hinten, hinten hoch, ja, das ist ein Call of Duty, so, oh, da hast du uns schon erwischt hier, oh man, oh man, oh Jesus Christ, Jesus Christ, come on man, okay, naja, auf jeden Fall, jetzt mal nach vorne, ganz chillig, ein Stress jetzt hier, oh, ihr seht schon, das hört sich richtig geil an, ja, der Waffensound ist realistisch, und ich denke mal, ich hoffe natürlich, dass die Zukunft, besser gesagt, nicht so aussehen wird, wie hier, weil ich glaube, ich bin schon ganz schön süß da, ja, ich will euch nochmal sagen, ich habe Assassin's Creed 3 im Multiplayer angezockt, man muss natürlich sagen, es war natürlich richtig cool, ähm, ja, Assassin's Creed 3 ist richtig geil im Multiplayer, aber Black Ops 2 ist natürlich ein Ticken besser auf dem Weg, da hast du noch einfach fun hier, so, es wurde von irgendwas getötet, also, von so einem komischen Ding, ja, das passiert halt immer, mal ein bisschen besser aufpassen, naja, auf jeden Fall haben wir eine Liederlage erzählt, Zeitlimit erreicht, 0 zu 2 Spielbonus 1 über 62, Erfahrungsbund, oder? naja, wir schauen uns das letzte Intro an hier, das ist dieses komische Ding da, das bin ich, ja, naja, auf jeden Fall, see you later, Alligator, ich melde mich wieder live direkt aus dem Studio, bis dann, ciao!